Yo servus leute seid herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wir reagieren auf youtube kacke kinderdissenrapper Folge 3 von dem guten meiner morsel und ich kenne schon einiges von ihm aber lange nicht mehr abgecheckt kinderdissenrapper ist am start wir sind da Wir starten rein oder? Gute laune ist auch so ein bisschen da obwohl montag ist egal let's go Kannst du gut tanzen? Ja Kannst du mir das zeigen? Ja Ich zeig dir meinen Skrrrpao Ist cool Okay Ganz kritisch Digga Hallo ich heiße Maulina Und ich bin schwarz Nein 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 wir machen weiter Hallo Lucia Hi Skrrrpao Was geht's? Skrrrpao Cringe Was hast du heute so gemacht? Ich hatte gestern voll die Verstopfung und dann hab ich kaffee Und dann war ich voll müde Ich hatte gestern voll die Verstopfung Wild Okay geil ich bin echt ein bisschen zu viel Energie gerade dabei Digga ich merk schon Und dann war ich voll müde und hab heute ein bisschen länger geschlafen Das ist ein sehr kleiner Stuhl Den haben wir angesägt Dann wollen wir mal den Video anschauen Okay Okay 2 plus 2 6 Mhhh Gimmi Jäger plus Mein Modus Kennt ihr diesen einen Effekt Wenn diese Stimme sich so richtig roboterartig anhört Ich kipp bei diesem Effekt immer Ey Wollen wir mal dein Video anschauen? Oh sehr gerne Oh oh Ok Warum sagst du eigentlich immer boh 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 Also in der Musiksprache nennt man das unkreativ In der Musiksprache nennt man das unkreativ Ey B Scrum Damn Bin ich ein G? Du bist safe ein G Bin ich auch eine Frau Du bist safe ein Ho Oh vielen Dank Ich hab auch einen neuen Der geht so Ich hab mir in die Hose geschissen Hast du deswegen einen braunen Schlafanzug an? Ja Nein Was ist das teuerste was du je gekauft hast? Ein sehr großer Po Habt ihr damals was Ohohohoho Okay damit hab ich nicht gerechnet Geboten ist gemacht Bo 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 Hast du eine Freundin? Bo 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 Was ist eigentlich ein Skrrr Bo 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 Ey Ich schwörs dir ich wollt's grad sagen als das Interview gestartet hat Wie geil wäre das wenn die den so Fragen stellen und der immer mit seinen Adlips antworten würde Ich schwörs dir ich schwörs dir ich wollt's grad am Anfang sagen Stark Was bedeutet denn Ich hab mir in die Hose ge- Das wissen wir Was kannst du eigentlich- Das wissen wer's Ich kann vor allem glitzern, ganz schön aussehen Was ist das ein Dranky Cola? Es ist auf keinen Fall gesund Warum trinken das denn die Erwachsenen? Ähm Bei Partys und so ist es auf jeden Fall etwas sehr Nices Nein Was natürlich auch den allen Leuten die die Sendung sehen zu empfehlen ist halt wenn die auf- Abtörnen wollen Nö nein 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 Sorry Sicher nicht Nö Was? Also das find ich jetzt grad gar nicht gut Bonus Blüpp Wollen wir mal bei dir anfangen? Meine Freundin will Tierärztin werden Was rennt sich da rauf? Ich fiege deine Mutter Du sagst immer sehr viele Schimpfe Wie sinnlos Mutter Musst du dir abends deinen Mund mit Scheiße ausspülen? Auf eine Art und Weise schon, ja Darf ich mal auf deinen Korn? Diesen Effekt Habt ihr diesen Effekt gerade gehört? Ich find den immer so geil wenn der so random kurz eingeblendet wird Konzert kommt? Nein wahrscheinlich Natürlich nicht Ja Wenn du auf mein Konzert kommst, gibt Schläge Ich bekomme fünf Taschengeld Wie kann ich das schnell vermehren? Auf den Strich gehen Help Guinness Geräusch Wunderhaft Okay Befehl dürfen sie nicht in den Kofferraum Coole Folge Coole Folge Ey Ich hab irgendwie Bock mehr sowas abzuchecken Gerade voll Voll im Lachmodus Ey Hat mir gefallen Hat es euch gefallen? Das Video dann lasst gerne einen Daumen nach oben da Was war das Teuerste was ihr euch gekauft habt? Ein ganz großer Po Ganz klar Macht's gut Haut rein Und ciao Boop 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 Vielen Dank.